Und das ist wirklich eine sehr effektive Metaphor für amerikanische Kapitalismus. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder mit unserem Lieblings-Crazy-Typen unterwegs und ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen. Ich glaube, wir fahren mal zu Nigel. Ich denke, das wird am besten sein. So richtige Hauptmissionen haben wir komischerweise im Moment gar nicht am Start. Das wundert mich ein bisschen. Auf das Lied habe ich jetzt gerade keinen Bock. Das habe ich gerade schon vor der Aufnahme bei Franklin die ganze Zeit gehört, dass das Spiel quasi, als ich noch gar nicht richtig angefangen habe zu spielen, habe ich das Lied gerade die ganze Zeit bei Franklin gehört. Und, oh, Alter. Irgendwann nervt's. Weil sie es halt irgendwie ständig wiederholt. Also es hört sich ständig alles so gleich an. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben ja hier freie Autowahl. Haben wir irgendwas Schönes? Irgendwas Schnikes? Irgendwas, womit wir jetzt zu Nigel fahren können? Gibt es denn nicht irgendeine Sportkarre oder sowas? Das sind alles nur so hässliche Autos. Ja, ich war... Oh, halt. Hallo. Gib mir mal dein Auto. Der ist ja Stylo. Huch, warum ist denn die Kamera auf einmal außen? Hat der gute Trevor denn noch genug Geld? Wollen wir das Ding mal tunen gehen? Ich meine, wir haben erst in der letzten Folge eine Karre getunt, aber eh, ganz ehrlich... Das Auto sieht voll hübsch aus. Ich glaube, Trevor hat auch noch gar keine Garage, ne? Ach ja, wir hätten mit Michael mal zu Salomon gehen können. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge dann. Aber ich glaube, jetzt fahren wir erst mal hier die Kiste tunen. Oh, scheiße. Na, egal. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal in dieser Folge. Oh, Patricia ruft an. Patricia! Trevor! Oh, es ist gut, dass du mit dir sprechen kannst. Meine Gedanken sind mit dir. Ist er, äh, Martin? Sie tritt dich gut? Hey! Wenn du immer... Du bist ein süßes Junge, Trevor. Ein süßes Mann. Patricia. Du wirst dich wirklich missen. Ich muss gehen. Ach ja, Trevor und diese gute Patricia. Ich frage mich, ob die in guten Händen bei Martin Madraso ist. Weiß es nicht. Aber das Auto ist geil. So, das machen wir jetzt mal schnell, bevor wir zu Nigel fahren. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie sich das mit Patricia und Trevor noch, ähm... Huch. Toh, ich bin falsch gefahren. Äh. Wie ist das mit den zwei noch entwickelt? Ich werde auf jeden Fall gucken. Ich weiß dann nicht, wie das am Ende kommt. Ähm... So, halbwegs wurde ich schon mal gespoilert. Das war aber noch bei der 360-Version. Ich habe das meiste schon wieder zum Glück vergessen. Ähm... Wenn es irgendwie zu einer Entscheidung kommt, wer von den dreien sterben muss. Ich hoffe, es gibt eine Variante, wo keiner stirbt. Ich glaube, es gibt sogar einen. Ich... Wie gesagt, habe da versucht, mich jahrelang nicht so richtig zu spoilern. Ist natürlich leider nicht ausgeblieben. Es gibt natürlich immer ein paar Follows, die das im Internet rumschreiben müssen. Weil sie dadurch ihren kleinen Penis irgendwie kompensieren können. Aber ansonsten versuche ich mich da relativ spoilerfrei zu halten. Was natürlich nicht ganz so einfach ist. Huch. Aber ich... Oh. Aber ich, ähm... Werde versuchen, dass keiner von den dreien stirbt. Weil das hat meiner Meinung nach keiner von den dreien verdient. Und jetzt tunen wir einen Muscle Car. So, Panzerung machen wir natürlich schon mal auf 80%. Ist klar. Ein paar fette Rennbremsen. Ein guter Motor gehört da natürlich auch dazu. Eine Hupe, die lassen wir, wie sie ist. Wollen wir mal ein paar Xenon-Scheinwerfer. Was sind denn Neon-Kids? Ach, das sind diese auf dem Boden. Okay. Das passt natürlich sehr gut zu einer Muscle Car, ne? Komm, wir nehmen das. Und die Farbe... Machen wir irgendwie... Ich finde Orange irgendwie geil, weil das halt Trevors Auto ist, ne? Ich finde, das passt ganz gut. So, Nummernschild machen wir natürlich. Ah, blau sieht geil aus, oder? Ne, schwarz sieht geil aus. Lackierung machen wir gleich. Federung. Machen wir eine Sportfederung. Getriebe, das Beste, was es gibt. Turbo mit Druff. So, die Reifen. Das ist jetzt natürlich die Frage. Erstmal nach Muscle Car Reifen gucken. Ein Muskelauto. Klingt irgendwie ekelhaft. Die sehen natürlich geil aus. Das sind aber die Serienmäßigen sowieso. Hm? Wie wär's denn damit? Five Star heißen die. Komm, wir nehmen die. Ich mag die. Die sehen cool aus. So, Felgenfarbe. Nee, ich glaub, ein schwarzes Auto ist schon gut. Mit frostweißen Felgen. Das sieht doch geil aus. Reifenzubehör können wir natürlich gerne die Tuningreifen nehmen. Und schusssichere Reifen. Ja, genau. Schusssichere Reifen. Und da war's das ja auch schon fast. Ich weiß, Lackierung braucht man, glaub ich, gar nicht so viel zu ändern. Was ist denn Sekundärfarbe, hä? Wo haben wir denn hier eine Sekundärfarbe? Ach, dieser Streifen da, okay. Nö, den lassen wir in schwarz. Aber ich glaub, das hat eine Mattlackierung, das Auto. Kann das sein? Ja, das hat eine Mattlackierung. Pass mal auf, da machen wir... Pures Gold, Alter. Nee. Perleffekt machen wir nicht. Warte mal, Premierfarbe machen wir Metallic hier. Komm. Metallic schwarz. Und dafür machen wir dann die Sekundärfarbe. Machen wir matt. So, ist sowieso schon ausgewählt. Okay, sehr schön. Gut, so viel haben wir jetzt an dem Ding nicht verändert, aber es sieht trotzdem ganz hübsch aus, oder? Jetzt müssen wir nur eine Garage mit, mit Dingens kaufen hier, mit Trevor. Haben wir da wohl eine Möglichkeit? Hier. Garage in Pillbox Hill. Die holen wir uns. Boah, wie das Ding beschleunigt jetzt. Krasser Scheiß. Wee! Das tut mir natürlich leid. Das war keine Absicht. Aber das Auto ist jetzt relativ schnell. Der Motoren-Sound ist natürlich mega krass. Ich meine, gut, das ist ein getuntes Muscle Car. Die haben so krasse Motoren-Sounds. Boah. Nein! Entschuldigung. Ist unsere Scheibe eigentlich noch drin? Unsere Frontscheibe? Ich glaube nicht, ne? Oder doch? Hier ist doch das Apartment von Sarazar, ne? Ich glaube doch. Ja, genau. Hier ist das Apartment von dem jungen Herrn. Kann man eigentlich auch so rein? Weiß ich gar nicht. So, was kosten die Garage hier? Sieht das Auto noch aus? Joa, ein paar Schramm, aber ansonsten... Sag mal! Hey, du alte Pissbirne! Hast du mir gerade gegen mein neulackiertes Auto gefahren, oder was? Hässlicher Pisser. Ja, komm raus. Bleib hier. Alter. Das sieht ja keiner hier hinten, ne? Lauf! So, was kostet die Garage? Gekauft. Haben sie gekauft? Jippie! Garage gekauft. Ich freu mir einen. So, speichern, jawohl. Dann fahr mal... Ähm. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Auto hin, Alter? Hoho. Boah. Puh. Mann. Sehr schön. Haben wir jetzt auch ne Garage? Für den guten Trevor. Ich freu mich. Zack. So, das Auto lassen wir hier drin, glaub ich. Ja, doch, lassen wir da drin. Und ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ihr sollt mir mal ein paar Vorschläge machen, was Oldtimer angeht. Ich hab noch gar nicht in die Kommentare, ehrlich gesagt, geguckt. Weil ich die Folge relativ zeitnah nach der letzten aufnehme. Und deshalb, kauf ein paar Autos bei Legendary Motorsport. Ja, das werden wir noch bei Gelegenheit machen. Steh geblieben! Oh, ein Motorrad. Habe ich dich gerade irgendwo Motorrad gehört? Ne. Huch. Was ist denn hier auf einmal los, Alter? Krass. Die alle von der Maus rasten sind. Naja. Ich leih mir mal ihr Auto, junge Dame. Dann fahr mal rüber zu Nigel. Der ist ja gleich um die Ecke. Oh, noch einen anderen Song. The Cold. Ja, ist auch okay. So, da bin ich mal sehr gespannt, was der gute Nigel jetzt von uns will. Und warum steht da unser Auto, hä? Ach, da ist unser Chip-Club. Ah, okay. So. Eingeparkt. Wo ist denn der Nigel? Wo macht der denn schon wieder rum? Ah, da ist er. So, dreckig. Oh, er macht so einen Fass, diese Celebnisse. Oh, sie sind nicht wie du oder ich. Ah, außer von dir, Jock. Wollt ihr gehen und holen ihn eine seiner Lieblingspizzas? Nein. Oh, dann weiß ich nicht was zu tun mit ihm. Ich meine, er hat nicht gegessen für ein paar Tage. Du hast eine große Film-Starte gefeiert, okay? Okay. Ich bin wirklich nicht jemanden für ein paar Tage. Oh, Mann. Was für Psychopathen. Begib dich zu den Eisenbahngleisen. Oh, Mann. Was war das gerade für Lied? Johnny Cash. Johnny Cash ist immer gut. Weißt du, was sind das bitte für... Also, jetzt mal, sorry, jetzt mal ganz ehrlich. Was sind das bitte für Psychopathen-Opas und Omas? Die rasten ja voll aus. Naja. Wir fahren mal zu den Eisenbahngleisen. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Was ist passiert? Wer bist du? Ich bin der Mann, der dich von A zu B kriegt. A ist der Schrank dieses Auto und B ist ein verrücktes Szenario für meine Wahl. Oh, Gott. Was ist das? Ich habe Geld an mir. Was ist das Geld? Gut zu wissen, Al. Gut zu wissen. Ich werde sicher, dass ich das, nachdem wir fertig sind. Was machen wir mit Al DiNapoli? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir lassen den gleich frei. Das ist... Ich weiß nicht. Wir können den noch nicht einfach da irgendwo auf die Eisenbahnschiene legen. Bitte, ich habe nichts gemacht. Ah, siehst du? Du kannst nicht actieren. Nicht auf all diese Filmkritiker. Sind das die verrückte alten Fritz mit dir? Just mich und dich, Honeybun. Du hast Spaß mit ihnen, auch? Sie sind schade, nicht wahr? Sie sind nicht schade. Sie sind 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 schade. Ah, ihr luckyer Junge. Sie sind schade. 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 Sitz Original. Ja gut, wir haben immerhin 10.000 Dollar bekommen. Letzter Akt. Ich weiß nicht. Wir können den noch nicht auf die Eisenbahnschine legen. Der hat doch keiner so etwas getan. Und ich weiß nicht. Ich glaube, der ist genug eingeschüchtert, dass er nicht zur Polizei rennt. Ich meine, man weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, die Eier hat er nicht. So, was läuft denn da jetzt gerade? Oh, Rihanna ist gut. Also, was heißt Rihanna ist gut? Ich finde die jetzt nicht besonders toll, aber es ist besser, als was wir gerade gehört haben. So, wir fahren mal noch zu Mary Ann. Dafür, dass wir in dieser Folge schon wieder ein Auto getunt haben. Machen wir mal noch was Produktives, dachte ich mir. Wow. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, was ich hier gerade mache. Oh. So, komm schon. Die Karre wird das doch wohl hinkriegen. Ich meine, das ist natürlich keine Geländekarre, aber das muss schon irgendwie gehen. Nein, das gibt's nicht. Komm, wir sind doch fast über dem Berg, komm. Blick mich. Wir gehen zu Fuß. Irgendwie gehen wir immer nur mit Trevor spazieren, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Immer wenn wir spazieren gehen, dann mit Trevor. Aber sieht auch geil aus, gerade hier die Landschaft. Mega, mega cool. Guck mal, ob da hinten irgendwo ein Auto kommt. Ist das nicht die Strecke, wo wir bestohlen wurden, sag mal? Wo sie uns unser Auto geklaut haben? Wie sind Duke O'Death, oder wie der hieß? Ich glaube, das war sogar hier. Kommt wir da nicht hoch? Na, ganz toll. Ja, jetzt müssen wir auch noch außen rum laufen. Ich kotze. Kommt man da wirklich nicht hoch? Ne. Naja. Dann laufen wir halt eben außen rum. Oder wir rufen uns ein Taxi. Können wir jetzt eigentlich auch mit Trevor kostenlos Taxi fahren? Jetzt wo unser Kumpel, unser Homie quasi, ein Taxi-Service hat? Wahrscheinlich nicht. So, mal gucken, ob das Taxi hier überhaupt hinkommt. Ich meine, wir sitzen, wir stehen gerade mitten in der Prärie. Alter, jeder überfährt den Hasen. Lauf, Hasi, lauf. So. Ah, wunderbar. Natürlich findet er den Weg. Das ist unglaublich. Hallo. Whitewood Hills. So, wir überspringen die Fahrt natürlich. Das ist ja der Sinn dahinter. So, dann ist das nur eine kleine Ladesequenz und dann sind wir auch schon da. Und ich weiß gar nicht mehr, wer Mary Ann ist. Das hatten wir auch bei Trevor gehabt. Ach, bei Trevor ist das schon bei Franklin. Keine Ahnung, wer die gute Dame ist. Was die macht oder was sie tut. Warum lädt das gerade so lang? Ah ja. Dankeschön. So, sind wir jetzt aber nicht da, wo wir hinwollten, ne? Doch, aber ich glaube, diese Mission ist gerade nicht mehr verfügbar. Willst du mich verarschen? Jetzt ist sie da oben? Minuteman. Hä? Da war doch gerade nur eine Mission hier. Das gibt es doch gar nicht. Verstehe ich nicht. Naja. Gut, dann... Ich weiß nicht, warum die jetzt dann auf einmal nicht mehr verfügbar ist. Aber es sieht schön aus hier. Ach ja. Er war der beste Taxifahrer, den wir jemals hatten. Ja, dann schnapp ich mir jetzt ein Fahrrad, würde ich sagen. Und wir düsen mit Vollspeed in die nächste Folge, würde ich mal sagen. Vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, Alter. Juhu. Boah. Das macht Spaß. Und jetzt nochmal über den Berg. Komm. Yippie. Und jetzt was ganz lustiges. Abspringen. Mann, das war spaßig. Naja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, nochmal eine coole Abfahrt gab mit Trevor. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge schlüpfen wir dann zurück in die Haut von Michael. Und machen die nächste Mission. Und zwar für den guten Salomon. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Ich hoffe, du bist mindestens genauso gespannt. Und bis dann auch bei der nächsten Folge wieder mit am Start. Hier bei GTA 5. Bis dahin. Musik 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 Musik